Ach, ich habe hier eine coole Kuchenplatte. Oh man, man sieht es gar nicht mehr. Eine Kuchenplatte modelliert. Die wollte ich euch zeigen. Es ist jetzt schon Kuchen drauf. Ach, aber ist die nicht hübsch für Kuchen? Sehr geeignet. Könnt ihr selber machen. Schaut euch das Video an. Ja, was macht man als erstes natürlich eine Blatte. Erstmal eine schöne, glatte Fläche. Wer das braucht, noch mit die Höhe, um zu bestimmen. Ich mache das immer nach reinem Gefühl. Das ist auch nicht so schlimm, wenn das an einer Stelle ein bisschen dicker ist oder an der anderen, da ich da eine Textur reinmachen möchte. Texturen kann man ja mit Silikon machen, mit Rollen, wie ich das auch schon öfter gezeigt habe. Aber ich mache da so, seht ihr hier, diese schöne Blatte. Das ist eine Texturblatte aus einfachem Gras, was man findet in der Natur. Das ist halt auch alter Ton, den ich mal gemacht habe aus so einer Blatte. Und brennen die natürlich. Die sind jetzt schon einmal gebrannt. Richtig hoch brenne ich die, damit ich die wirklich benutzen kann. Und dann kommt da jetzt dieses Blatte da zustande. Damit kann man Tassen machen, alles. Ich mache da jetzt eine schöne Kuchenplatte. Habt ihr gesehen, da kann man das mit der Pizzarolle drüber rollen, nicht zu stark, dass man es wieder abheben kann. Und die Platten sind immer wieder verwendbar. Ich verlängere sie, verkürze sie, wie ich es brauche. Und diese will ich jetzt ja für eine, für meine Biskuitrolle, die ihr gesehen habt am Anfang, die hat da wirklich perfekt drauf gepasst. Aber ich mache es dennoch einfach rein nach Gefühl. Ich schneide es so, wie ich da meine Strukturen sehen kann. Und schneide die dann kürzer und formen die, dass es wirklich so aussieht, als ob das Gras aus dieser Platte kommt. So sieht das doch sehr schnuckelig aus. Dieses 3D, dies mag ich und ich mag es auch gern, wenn es andersrum herauskommt. Wenn man es nicht nur reindrückt, sondern auch, dass es nach oben rauskommt. Das passiert ja so, weil ich das ja so reingerollt habe in die andere Platte. Und dass ich dann natürlich auch eine Platte habe, dass dann rechts und links nichts herunterfällt, brauche ich einen kleinen Rand. Da suche ich mir wieder Unterstützung, indem ich da was hinstelle, was ihr findet. Das sind Papprollen, die ich da habe. Halt lange Papprollen, die habe ich halt aus meiner Werkstatt. Und rechts und links, seht ihr, da habe ich dann einfach nur ein paar Keksschachteln hingelegt. Also das geht alles. Man kann da alles nehmen. Erstmal, dass man einen Rand hat, dass das nicht gleich wieder umkippt. Dann müsst ihr es ja eh eine Weile trocknen und dann könnt ihr damit weitermachen. Ich mache halt gern unten drunter einen Fuß, damit das nicht alles zu rau wird, weil dieser Modellierton hat natürlich ein bisschen Schamotte und ist dann sehr, sehr rau. Und deswegen mache ich da einen schönen viereckigen Fuß. Dazu brauche ich vier Streifen, zwei lange und zwei kurze. Das seht ihr hier. Und die schlickern wir später dann von unten an. So, bevor dieser Ton so ganz trocken ist, werde ich dann noch ein bisschen Struktur reinbringen, weil nicht immer schaffe ich es, überall diese schöne Struktur zu bekommen. Da habe ich noch so wunderbare Silikonstempel. Ich glaube, die sind für Papier. Aber ich kaufe die sehr gerne. Die gibt es ganz günstig zu kaufen und dann kann man die da reinpressen, auch mit meiner kleinen Rolle, dass man wirklich nichts weiter beschädigt und nur dieses Blatt da reinmacht, sodass da noch ein bisschen mehr so Blätter zum Vorschein kommen. So, jetzt ist meine Platte ein bisschen trockener. Jetzt kann man sie wirklich schon so bequem umdrehen. Ich habe sie natürlich schnell getrocknet, damit es ein bisschen schneller geht. Und da passiert jetzt auch, dass mal ein Riss ist. Das kann man alles schlickern, indem man diesen flüssigen Schlicker da reinmacht. Und ihr seht ihr, ich mache den Fuß da unten dran, mache da ein bisschen Struktur drunter, dass das besser hält, klar. Und dann ist der Fuß gleich fertig. Wunderbar geworden. Der ist jetzt dran, der Fuß. Und so ist das gut. So kann man das schön abwischen für den Brennofen und dann klebt da nichts an. So, und jetzt mache ich noch in diese Platte, ich muss die dann natürlich noch ein bisschen mehr schnucklicher machen und werde jetzt in diesen Rand da noch ein paar Wellen reinschneiden, sodass das noch ein bisschen schöner wird, damit das leichter geht, weil sie ist jetzt schon leicht getrocknet, muss man sie anfeuchten. Und dann mache ich das einfach überall eine Kerbe reinschneiden, so ganz einfach. Es gibt auch Menschen, die da eine Schablone nehmen und das da ranhalten und ausschneiden, aber das wäre, das ist ja einfach zu kurz. Das ist also, man kann es wirklich so machen und danach verputzt man das mit dem Schwamm, damit das schön rund wird. Aber ich setze noch zusätzlich ein paar kleine Kugelchen rein und die werden dann nachher der Effekt auf der Platte, damit das einfach noch mehr nach Handarbeit aussieht. Jetzt forme ich diese kleinen Kügelchen da rein, seht ihr das? Die werden dann wirklich eigentlich nur nass gemacht und reingesetzt, die halten da. Selbst wenn einer abfällt, es weiß ja keiner, dass da eine Kugel war. Also ich setze sie wirklich sehr unregelmäßig, ich setze sie auch in die Platte rein, nur damit diese Individualität dieser Platte noch ein bisschen hervorgehoben wird, weil das schafft keine Industrie, das schafft niemand, das wird alles immer nur aalglatt, das schafft man wirklich nur in der Handarbeit. Deswegen wird das dann so hübsch. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst doch bitte ein Abo da und ein Like. Ich würde mich freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.